Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute sage ich euch meine Lieblings-TikToker, die ich auf TikTok folge und sage ich euch auch, was die dort da machen. Wo geht's und viel Spaß dabei. Ja, ich habe euch ein solches wieder schon daraus gedreht. Da habe ich geschrieben Teil 1 und es gibt auch Teil 2, der halt, das halt heute kommt. Und ja, gestern habe ich leider nicht geschafft, das Video zu posten. Also das erste Teil, weil ich leider keine Zeit hatte. Und deswegen habe ich gedacht, heute poste ich euch, beziehungsweise warte ich zwei Videos hoch. Einmal, äh, zwei Teile aus meinem Lieblings-TikToker. Und, äh, ja. Also, bevor ich, äh, nicht vergesse zu sagen, die zwei Videos sind einmal eigentlich das Video, was gestern kommen sollte und einmal das Video, was morgen kommen soll. So, bekommt ihr quasi beide Videos, halt aus beiden Tagen heute. Dann, das Video, was normalerweise am Samstag kommt, so, kommt wahrscheinlich am Freitag. Und dazu bereite ich euch noch ein Video. Und zwar, es ist ein Überraschungsvideo, weil ich euch, äh, sehr, äh, dankbar bin, dass ihr mich, äh, folgt. Und, dass ihr halt immer wieder meine Videos anschaut. Ich hoffe, wir kommen zu 1.000 Abonnenten, hoffe ich mal. Und dann, äh, kann ich hier immer auf meine Videos eine Sache schreiben, die halt sehr, sehr wichtig ist. Und, äh, und, ja. So, das, äh, wollte ich euch sagen. Und jetzt fangen wir an mit meinem Lieblings-TikToker. Teil 2. Und zwar, ich habe die hier wieder ins Heft geschrieben. So, wie ich bei vorherigen Videos gemacht habe. Und, ja, fangen wir, äh, an. Und zwar, wir haben eine, äh, kroatische Seite. Heißt, äh, Jumbos, äh, YouTube, äh, Y, also Jumbos, Y, T. Okay, das sind alle, äh, kroatische, äh, YouTuber, die ich halt, äh, beziehungsweise kann man auch Influencer sagen. Die halt, äh, YouTube-Channel haben. Und da kommen, äh, interessante Challenges. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Die haben auch, äh, Instagram. Heißen die genauso wie bei TikTok. Und auf YouTube heißen die einmal Jumbos. Das heißt, die erste Buchstabe J ist groß. Und, äh, bei Boss ist halt die erste Buchstabe B groß. Und, äh, hat zwei O. Ja. Dann, das nächste TikTok und Instagram ist einmal der Daniel Nikolovski Official. Der ist ein Friseur aus Mazedonien, aus Nordmazedonien. Der immer wieder interessante Videos macht. Er, wenn, äh, wenn ihr halt, ähm, sieht, er sieht so wie die, äh, so wie die, äh, so wie die, äh, so wie die türkischen Schauspieler aus. Und, äh, auf, äh, auf, äh, Instagram heißt es, äh, Daniel Nikolovski Official 1. Und auf YouTube heißt er Daniel Nikolovski. Ja, da haben wir einmal die Antonia Gigovska. Sie ist eine Sängerin aus Nordmazedonien. Äh, äh, hat er an, äh, Pinkovic-Versetice teilgenommen. Sie war ein Kandidat da. Und, ja. So heißt sie auf TikTok und Instagram. Und auf YouTube heißt sie Antonia Gigovsk. Ja, dann haben wir einmal die Dorothea Vau. Äh, sie ist die, äh, Schwester von Darija Vracevic. Darija Vracevic war auch ein Kandidat von Pinkovic-Versetice. War zusammen mit Antonia Gigovska. Und, äh, ja. Darija Vracevic könnte auch folgen. Indem ihr sie bei seiner Schwester Dorothea Vau finden könnt. Und, äh, ja. Und die Dorothea Vau benutzt nur TikTok und Instagram. Ist genau so geschrieben. Da haben wir einmal meine Lieblings-Youtuberin. Das ist die Julia Grof. Sie ist auf TikTok und Instagram Julia Grof geschrieben. Und auf, äh, YouTube heißt sie Julia Grof. Sie zeigt immer, äh, Rezepte, Fashion, Style, DIs macht sie. Außerdem sagt sie, äh, halt Tipps, was man halt, äh, machen kann. Und, ja. Ich kann euch sie sehr, sehr empfehlen. Ja, dann haben wir einmal eine deutsche Smetje. Sie heißt, äh, Songgirl. Sie verwendet EU, sie heißt sie EU.Songgirl. Sie verwendet nur Insta, nur TikTok. Dann haben wir einmal der bekannteste Influenz aus Nord-Macedonien. Der, äh, Georgievski mit Ypsion. Der, äh, heißt so auf TikTok und Instagram. Und, äh, auf YouTube heißt er Georgievski. Ja. Der ist total interessant. Er macht so Videos zum Wachen. Und tanzt er auch. Und kann euch auch sehr empfehlen. Also gibt es auch die Marja Sofronieska. Sie hat, äh, sie ist, äh, so auf TikTok und, äh, YouTube geschrieben. Und auf Instagram heißt sie Sofronievska-Mariel. Dann haben wir einmal die, äh, Sängerin. Die auch eine Kandidatin, äh, in Pinkovic-Versinze war. Und zwar Bayna Radovanovic. Sie ist, ähm, ja, wie ich gesagt habe, sie ist eine Sängerin. Aber verwendet auch TikTok. Auf TikTok heißt sie Radovanovic Bayna. Auf Instagram ist sie einmal Bayna Radovanovic geschrieben. Also Bayna Radovanovic-Official. Und auf YouTube heißt sie Bayna Radovanovic. Macht immer, äh, TikTok-Videos, wo sie tanzt. Sie hat sein erstes Lied rausgebracht, den ihr bei Generazia Z YouTube-Channel hören könnt. Da haben wir einmal die, äh, deutsche Moderatorin Rebecca Mia. Sie verwenden nur TikTok und Instagram. Und macht auch interessante Videos. Sein Mann heißt Massimo Sinato. Er verwendet auch, äh, nur TikTok und Instagram ist, äh, ein bekanntester Tänzer, der halt aus Italien kommt, aber ist halt hier in, äh, Deutschland geboren. Dann kommen wir jetzt zur Karriere-Jury, der so auf TikTok, Instagram und YouTube heißt. Und ja, er, ähm, redet immer über Berufe, wie man sich, ähm, auf ein Vorstellungsgespräch hat, so, was man nach einer Absage, äh, schreiben, so, und so weiter, und so weiter. Und ich kann ihn sehr empfehlen. Ich habe richtig viele, äh, TikToker geschrieben. Und, äh, 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 ja. Machen wir weiter. Wie ich gesagt habe, ich habe jetzt hier, muss ich kurz anschauen, wo wir gekommen sind. Ja, ist sie türkisch. Oh mein Gott. Der ist ein Mann, äh, was, äh, er kommt aus den Türkei, aber ist dort in Deutschland geboren. Und er übersetzt immer die, äh, türkische Böte auf Deutsch, auf Aserbeidzhanisch, auf Arabisch, und so weiter, und so weiter. Er ist total interessant, macht immer Dueten, und, ja, könnt ihr richtig viele türkische Wörter von ihm lernen. Ja, auf TikTok, äh, äh, und Instagram heißt er EasyTürkisch, und auf YouTube heißt er Street Style Joe Easygoing, und Ausrufezeichen dabei. Also Street Style Joe sind zusammen verbunden, und Easygoing sind halt beide Wörter getrennt. Da haben wir einmal die Serbische Infoesserin Lea Stankowitsch. Sie ist auf TikTok und Instagram, wa Stankowitsch, geschrieben. Sie macht immer Make-up Videos, macht auch Videos mit, äh, seiner Schwester Sarah Stankowitsch, und auch mit seinen Eltern. Ist auch sehr interessant. Und auch auf YouTube heißt sie Lea Stankowitsch. Da haben wir der, äh, äh, auch den Infoencer und Sänger, Andrea Jung. Der ist sehr interessant, wenn es um Tanzen geht. Er tanzt sehr gut, zusammen mit seiner Schwester Sarah Jovic, oder Sarah Jo, äh, machen die gemeinsam immer wieder, äh, schöne TikTok-Videos. Auf, äh, TikTok und Instagram ist er Andrea Jo geschrieben, und auf YouTube haut auch Andrea Jo. Da haben wir einmal die Nadja Stanowitsch. Sie hat eine Schwester, weil ich vergesse, wie seine Schwester heißt. Aber ich werde euch, äh, dann auch seine Schwester unten in der Infobox schreiben. Dann könnt ihr sie auch auf TikTok folgen. Ähm, sie, die Nadja Stanowitsch ist auf TikTok und Instagram, Nadja.Stanowitsch geschrieben. Ist halt so auf TikTok geschrieben. Auf Instagram ist sie nur Nadja Stanowitsch geschrieben. Und auf YouTube genauso wie bei Instagram. Ähm, dann haben wir die Sängerin, die auch eine Kandidatin bei Pinkove Zvezdice war. Heißt Lina Pejovska. Sie kommt auch aus Nordmazedonien. Ähm, sie, äh, heißt auf TikTok und Instagram. Auf TikTok heißt sie Lina Pejovska. Auf Instagram heißt sie Pejovska-Lina. Und, ähm, auf YouTube heißt sie Lina, äh, Pejovska. Da haben wir noch die, äh, die an der TikTokerin Siwan Makeup. Sie kommt aus den arabischen Ländern. Weiß ich jetzt nicht aus welchen, wann. Sie macht immer wieder Makeup Videos. Auf Instagram ist sie halt Siwan unter Strich Haar geschrieben. Dann, äh, haben wir noch, ähm, der TikToker mit Stativschlaf. Er redet immer wieder, äh, nach wie man einschlafen kann. Was man machen, so vor einschlafen gehen und so weiter. Auf Instagram ist sie als Chris Zureo geschrieben. Und auf YouTube genauso. Da haben wir einmal die EvaLukas50. Ist so auf TikTok und Instagram geschrieben. Üben. Ich habe vergessen, was sie eigentlich macht. Aber ihr könnt ruhig seine Videos dann anschauen. Da haben wir, äh, der bulgarische Sänger Krumm Offiz, Offiz, Offizio. Der ist so auf TikTok und Instagram. Ist sehr lustig, sehr interessant. Das ist auch mein Lieblingssänger aus, äh, den bulgarischen Sängern. Und, ja. Äh, und auf YouTube heißt der Krumm Offizio. Oh. Ja, es tut mir leid, dass, äh, ich, äh, das Video stoppieren musste, weil meine Kamera hatte keine Akku mehr und, äh, deswegen musste ich meine Kamera laden. Aber jetzt geht's, äh, weiter mit diesem Video. Ja. Als, äh, nächster Sänger, was hat, äh, TikTok verwendet, der auch Kandidat bei Pinkovitz, was ist, äh, ist einmal der Radosavljevic David, der heißt so auf TikTok und Instagram. Und auf YouTube heißt der David Radosavljevic. Er macht auch, äh, interessante Videos. Und auch, äh, auch interessanten Challenges und so weiter. Da haben wir immer, äh, sein Freund Toma Milovanovich. Da ist einmal Tom Milovanovich geschrieben auf, äh, TikTok und Instagram. Und auf YouTube heißt er halt mit großen Buchstaben Toma. Ja, der macht auch interessante Challenges, so wie David Radosalvic und kann euch sehr empfehlen. Da haben wir einmal die Influencerin, Moderatorin, also auch Sängerin, Ruzica Rupic, viele sagen Ruzica Rupic, die macht immer wieder interessante Videos mit seinen Moderatoren Anna Lazzarovic und Czalem, ja, die sind total interessant, immer wieder machen Videos zu machen und ja, auf YouTube ist sie Ruzica Rupic geschrieben und auf TikTok und Instagram Ruzica unter Strich Rupic. Da haben wir einmal die Marina.sig, sie ist so auf TikTok geschrieben und auf YouTube ist sie Marina.sig geschrieben und auf Instagram Marina.sig. Ja, sie macht immer interessanter Videos über die Sternzeichen und ja, könnt ihr sein TikTok wieder einfach mal anschauen. Da haben wir einmal die, äh, der Batman1, heißt er so auf TikTok und auf Instagram nur Batman1. ja, der ist ein Lehrer, der, äh, was aus Ukraine kommt, ja, und lebt halt hier in Deutschland, macht auch interessante Videos, interessante Challenges und ja. Dann geht's weiter mit, ähm, habe ich hier einmal den Powerwolf, sie heißt sie auf TikTok und Instagram und auf YouTube heißt sie einfach Powerwolf.sig macht immer wieder Make-up Videos, macht halt verschiedene Zeichentrickfilme, verschiedene Figuren und ist auch richtig schön. Dann haben wir einmal zwei Personen, die auch aus Nordmazedonien kommen. Das ist erstmal der Sebo.baba, heißt er so auf TikTok und auf Instagram Baba.sebo47. Der macht auch interessante Pranks, Challenges und so weiter und so weiter und seine Tochter heißt, äh, Natascha.zbr, sie ist halt, äh, am Ende mit Doppel A geschrieben, kommt ebenso aus, äh, Nordmazedonien, als auch aus Griechenland, weil ich, äh, vermute, dass, äh, seine Mutter, also der Mann von Baba halt aus Griechenland kommt, da bin ich nicht so sicher. Sie macht auch verschiedene Pranks, Challenges, genauso wie sein Papa. Dann haben wir die, äh, äh, einmal zwei Ärzte, die Mann und Frau sind, heißen Doktor Sex. Bisschen jetzt, äh, ja, die Name ist, äh, so. Die reden über verschiedene Geschlechtskrankheiten, äh, was ein Mann und eine Frau haben, äh, habt und, äh, ja, sind auch beide sehr interessant. Und auf Insta, die, äh, heißen Dok-intro, damit ihr Bescheid weißt. Da haben wir einmal die Sängerin, die kommt aus Ukraine kommt. Und der Lehrer Bartmann kommt aus, äh, Ungarn. Hab vergessen, das, äh, genau zu nennen. Und jetzt kommt jetzt die Sängerin, die aus Ukraine kommt, heißt NK Official. Sie ist so auf, äh, TikTok geschrieben. Auf YouTube heißt sie, äh, NK, die erste zwei Buchstaben groß, Official. Und auf YouTube heißt sie, äh, K-Mens, K-U-X. So heißt sie auf, äh, auf YouTube. Ist eine Sängerin, die, äh, tanzt, singt auf, äh, paar Sprachen. Wie auf, äh, ukrainisch, äh, spanisch, äh, englisch und noch ein paar Sprachen. Ich glaube auch Russisch ist dabei. Und ist auch sehr, sehr interessant. Dann kommen wir zu einer russischen TikTokerin, die aber hier in Deutschland geboren ist. Heißt, äh, Pralina Karina auf TikTok und Instagram. Sie macht auch Make-up Videos. Sie schminkt sich immer. Macht auch Challenges. Und ja. Auf YouTube heißt sie Pralina Karina. Und ich hab euch noch jetzt zwei TikToker. Die letzten. Wir haben einmal die Schwester von Lea Stankowitsch. Sie heißt auf TikTok Sarah Bambi. Ja. Dann auf Instagram heißt sie Sarah Stankowitsch. Und auf YouTube genauso. Und dann haben wir auf TikTok und Instagram der Charlie Official. Also auf TikTok. Auf Instagram heißt er Charlie Unterstrich Official. Und auf YouTube heißt er Charlie Official. Beide Influencer machen Challenges. Ja. Das war's mit diesem Video von mir hier auf meinem YouTube Channel. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ihr einen Daumen nach oben. Dann schreibt ihr in die Kommentare. Aktiviert ihr die Glöcke. Und abonniert ihr meinen YouTube Channel. Damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Macht's gut. Bleibt gesund. Passt auf euch gut auf. Und wir sehen uns dann am Freitag oder heute am Samstag. mit den letzten zwei Videos aus meinem Vlogmesse. Aus meiner Vlogmesse Reihe. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.